Liebe Karambolage-Redaktion, wir wenden uns etwas verärgert an Sie, in der Hoffnung, dass Sie uns eine Frage beantworten können, die uns während unseres Aufenthalts in Berlin beschäftigt hat. Sieben aufgeschlossene Franzosen fahren nach Berlin auf eine historische, kulturelle und gastronomische Entdeckungsreise. Nach einem ermüdenden Spaziergang, Alexanderplatz, Bundestag, Danauer Straße treibt uns unser Appetit in eine ausgezeichnete Eckkneipe, die uns unser Reiseführer empfiehlt. Bier, Eisbein und Currywurst, eine wahre Gaumenfreude. Unser Durst lässt sich jedoch nicht allein mit Bier löschen. Wie sagt man doch bei uns? Ein Glas geht, doch nach zweien geht's bergab. Also beschließen wir, eine Karafe mit Wasser zu bestellen. In meinem schönsten Deutsch wende ich mich an die Bedienung und sage, wir möchten Wasser aus dem Wasserhahn bitte. Die Kellnerin erwidert, dass das nicht geht, erklärt uns aber nicht warum. Dabei steht bei einem deutschen Pärchen gegenüber von uns eine Wassergarafe auf dem Tisch. Mein gebrochenes Deutsch ist wohl nicht verstanden worden. Ich rufe die Kellnerin zurück, zeige auf die Karafe und sage, dass ich dasselbe möchte. Sie sagt noch einmal, dass das nicht ginge und das Wasser den Stammgästen vorbehalten sei. In anderen Restaurants genau das gleiche Spiel. Die Wasserkarafe scheint ein paar wenigen Privilegierten vorbehalten zu sein. Für Touristen ist sie verboten. Warum darf ein Tourist zu seiner Currywurst kein Leitungswasser trinken? Freundliche Grüße. Anne, Marielle, Armel, Monique, Christophe, Jean-Pierre, Gérard. Die Antwort der Karambolage-Redaktion. Tja, andere Länder, andere Sitten. Im deutschen Gastgewerbe ist niemand verpflichtet, Leitungswasser kostenlos anzubieten. Sollte der Wirt dennoch ein Glas oder eine Karaffe Wasser servieren, kann er den Preis dafür frei festlegen. Das liege daran, dass der Service und die Personalkosten höher seien als der Preis des Wassers selbst. Dass man Touristen aber das Wasser verwehrt und es nur Stammgästen anbietet, ist schockierend. Da haben sie recht. Der französische Gesetzgeber unterscheidet zwischen Restaurant und Café. Im Restaurant ist die Wasserkaraffe kostenlos, so wie auch das Brot, Salz, Pfeffer und so weiter. In einem Café darf der Wirt nur dann Geld für ein Glas Wasser verlangen, wenn er den Preis ausdrücklich innen und außen anschreibt. Aber es kommt sehr selten vor, dass man jemandem ein kostenloses Glas Wasser verweigert. Vielleicht sollte sich Deutschland in dieser Hinsicht etwas von der französischen Gesetzgebung abgucken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017